Willkommen zu einem weiteren Artemis V-Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, Diagramme eines Data Viewers in einen Report zu überführen, um Ihre Ergebnisse präsentieren zu können. Im aktuellen Beispiel werden drei Vorbeifahrtsmessungen mit zwei Analysen in einem Data Viewer berechnet. Diese Ergebnisse sollen nun als Präsentation aufbereitet werden. Die einfachste Möglichkeit, den Inhalt eines Data Viewers für eine Präsentation weiterzuverwenden, finden Sie in der oberen Menüleiste unter dem Punkt Export to. Neben dem PDF und Bildexport können Sie Ihre Analyseergebnisse auch nach PowerPoint exportieren. Klicken Sie auf den entsprechenden Punkt und die Diagramme aus dem Data Viewer werden als neues PowerPoint-Dokument geöffnet. Dabei werden die Diagramme als einzelne Objekte in das Dokument eingefügt, was Ihnen die Möglichkeit gibt, diese separat zu bearbeiten. Sie können das Ergebnis der Export to-Funktion auch vor der Durchführung genauer definieren. Gehen Sie dazu im Properties Tool Window des Data Viewers auf den Punkt Document Export. Hier können Sie das Seitenformat und das Layout des Inhalts auf einer Seite festlegen. Über diesen Einstellungen erscheint eine Vorschau, mit der Sie Ihre Änderungen nachverfolgen können. Klicken Sie nach Änderungen der Einstellungen erneut auf Export to PowerPoint und Ihre Einstellungen werden für den Export berücksichtigt. Eine noch flexiblere Möglichkeit, Ihre Ergebnisse für eine Präsentation aufzubereiten, bietet der Report. Wählen Sie dafür unter Export to den Punkt Artemis Suite Report aus. Nun öffnet sich ein Report als neues Dokument mit den Inhalten des Data Viewers und dessen Einstellungen unter Document Export. Der Report in der Artemis Suite bietet Ihnen zusätzliche Vorteile bei der Aufbereitung von Ergebnissen, besonders dann, wenn Sie häufig gleichartige Daten aufbereiten müssen. Mehr dazu und wie Sie einen Report in einem Pool-Projekt erstellen können, erfahren Sie in einem separaten Tutorial. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020